Herzlich willkommen zu unserem Ausflug mit der Hafenfähre Linie 62 von den Landungsbrücken bis Finkenwerder und zurück. Unsere nächste Anlegestelle ist Altona Fischmarkt. Jetzt kommen wir zum Dockland Fischereihafen. Neumühle den Övelgönne gleich legen wir an. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt landen wir gleich am Bubendey-Ufer. Und jetzt dreht der Kapitän eine schwunghafte Kurve und wir legen an der Landestelle Finkenwerder an. Musik In schneidiger Seitenlage kommt unsere Fähre mit der wir dann zurückfahren werden. Musik Und jetzt starten wir die Rücktour zu den Landungsbrücken. Musik Hier passiert uns das nächste Schiff zur Anlegestelle Finkenwerder. Musik So, nun passieren wir Bubendey-Ufer und landen gleich in Neumühlen-Övelgönne. Musik Und auf der linken Seite sehen wir jetzt ein Teil der Elbe-Chaussee mit den prachtvollen Immobilien. Musik 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 Und nun Dockland-Fischereihafen. Musik Musik Anlegestelle Altona-Fischmarkt Auf der linken Seite sehen wir jetzt das russische Museums-U-Boot U-434. Auf jeden Fall ein Besuchwert. Musik Jetzt steuern wir die Landungsbrücken an. Musik So, und jetzt sage ich Tschüss, Kiek-Moll-Weatherin, auf unserem Videokanal, JoFo Video Film. Bis bald! Musik 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 Musik